In diesem Video geht es um die besten Fahrradhelme. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradhelm-Test geht an den Abus Urban 3.0. Hohe Kopfsicherheit bei Tag und bei Nacht, das bietet der Urban 3.0 Radhelm von Abus. Ausgestattet mit zahlreichen Haupt- und Nebenreflektoren und einem leuchtstarken Rücklicht sind sie stets gut sichtbar. Gerade im Winter bei glattem Boden und früher Dunkelheit ist ein gut beleuchteter Radhelm unerlässlich. Dank des robusten Apps-Materials und der hochwertigen PC-Schale federt der Helmstürze zuverlässig ab. Mit dem intuitiven Fairstail-System kann er genau an die eigene Kopfform angepasst werden, schnell und präzise. Mit diesem urbanen Fahrradhelm von Abus sind sie für den Großstadtverkehr ideal gerüstet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Uwex Unisex Fahrradhelm. Der Inmut-Helm überzeugt durch seine leichte Helmkonstruktion, die gleichzeitig höchste Schlagfestigkeit garantiert. Das Schutzmaterial Apps wird dabei direkt in die Polycarbonatschale eingeschäumt für eine untrennbare Fusion der Helmschalen. Bei allen Helmen legt Uwex höchsten Wert auf optimierte Ventilationseigenschaften. Klug konzipierte Lüftungskanäle führen frische Luft nach innen und warme Luft nach außen. Ein unangenehmer Hitzestau wird damit vermieden. Das optional erhältliche Plug-in-LED verfügt über drei verschiedene Beleuchtungsmodi und lässt sich ganz einfach per Knopfdruck auf das Licht anschalten. Für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr rund um die Uhr. Mit dem Uwex IAS-System lassen sich Helme in ihrer Weite verstellen. Die Erweiterung auf das Uwex IAS-3D-System ermöglicht eine zusätzliche Anpassung an die individuelle Kopfhöhe. Optimaler Sitz garantiert. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fahrradhelm-Test ist der CareBull Fahrradhelm. Ein Handhinterrad mit einstellbarer Passform für komfortables Tragen. Geeignet für Kopfumfang 52 bis 58 cm, 58 bis 62 cm. CareBull legt großen Wert auf eine optimierte Belüftungsleistung für alle Helme CB01, verfügt über 21 Belüftungsöffnungen und gut gestaltete Belüftungskanäle können Frischluft einleiten und warme Luft ablassen. Dies vermeidet eine unangenehme Wärmespeicherung. Das angebrachte Insektenschutznetz kann das Eindringen fliegender Insekten wirksam verhindern. Das abnehmbare und waschbare Innenpolster aus Coolmax Innenpolster wird für größere Oberflächen in Kontakt mit dem Kopf verwendet, um den Komfort zu verbessern. Abnehmbar und waschbar, antiallergisch. Bequemes Innenfutter und Kinnkissen sorgen für eine gute Passform. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.